Willkommen zu einer neuen, freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. An dem heutigen Samstag werde ich euch eine neue Angriffsstrategie vorstellen und zwar nennt sie, naja ich habe sie so genannt, Go Y, ohne pfff, 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 ja ok, das reicht. Ähm, ja, und zwar geht die Taktik wie folgt, 2 Golems, 40 Magier, eigentlich sollte man 3 Golems mitnehmen, aber ich habe es jetzt einfach mal gelassen, da ich kein Dunkles mehr verschwenden wollte, da ich ja gerade spare, wo habe ich diese Taktik gesehen und zwar, in einem Clankrieg wurde ich mal so angegriffen und zwar wurde ich gestartet, also mein Gegner hat 3 Sterne mit dieser Taktik geholt, ich habe mir auch nur so gedacht, what the f***, ja, und außerdem, nach dem neuen Update kann man jetzt nachgucken, wenn man so, ähm, wenn sein Dorf angegriffen wird und das habe ich vorhin auch gemacht und, ja, das war einfach nur scheiße, aber ich hatte Glück, dass der Typ da nicht ans, äh, Dunkle gekommen ist. Hier, was hat er gemacht? Er hat mit 3 Riesen, also 3 Riesen vorgeschickt, paar Barbaren hinterher, um den Barbarenkönig auszunocken, dann ist er hier durch, marschiert mit seinen Riesen, ja, meine Clan kam raus, wenigstens die, hat ein Blutzauber gesetzt, damit es, ähm, ein bisschen beschleunigt wird mit den Riesen, ja, aber meine Magier haben sich gut gehalten, ohne die, wäre mein dummstes Lager bestimmt weg gewesen, ich bin mir mal ein bisschen vor, damit es ein bisschen schneller geht, ja, das ist schon, ja, kacke, ich habe 143.000 verloren und im Moment greife ich ja nicht so oft an, weil ich, ach, scheiße, nichts, muss ich auch gleich wieder nachfüllen, egal, was soll's, ja, ich gehe gleich ins Kino, ich gucke mir den Hobbit an, wurde auch mal seine Zeit, das ist ja schon seit Mittwoch im Kino, ja, und das wird einfach nur Zeit, den zu gucken, ja, was hat mein Gegner, me, äh, Mike Curlyling, 143k Gold, 18k Elixier und 19, dunkles, äh, ein Glück, hätte die Burgi Queen da noch das geschafft, das dunkle Lager zu zerstören, ey, ich hätte mir die Kugel gegeben, nein, das nicht, aber ist ja auch egal und ich würde mal sagen, ich suche wie immer einen Gegner raus, werde wie immer an die Gegner der Suche überspringen, bis gleich. Ich würde mal sagen, den versuchen wir einfach, ich weiß, es werden wir nicht schaffen, aber, es wird ein YOLO-Angriff, YOLO, hätte ich wenigstens ein Golem mehr dabei, aber ist ja auch egal, ähm, jetzt hier ein Golem hin und da, jetzt alle Mager hinterher, ja, ich hätte wenigstens hier noch einen Brutzauber hinsetzen sollen, aber, naja, mal gucken, wie weit wir kommen, ich schätze nicht gerade weit, aber was soll's, was soll's, was soll's, es ist ja einfach nur ein Spaß-Angriff, ich werde sowieso hier nicht viel holen, hier mal einen Heilsauber hin und gucken, was man so mit der Taktik erreicht, ja, und wie immer habe ich vergessen, die Klammung rauszulocken, aber was soll's, das vergesse ich jedes Mal und das ist echt nervig, wo sind die Golems, die Golems wollen mich nicht verarschen, die sind nie neben kaputt, nein, die sind nicht kaputt, komm, komm, hol durch das dunkle, 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 das ist so schmackhaft, so schmackhaft, los, dunkles holen, dunkles holen, dunkles, yeah, geil, bam, Junge, hä, wo war denn der Golemen, das gucke ich mir gleich wieder hin, äh, das gucke ich mir gleich in der Wiederholung, aber wir haben das dunkle bekommen, lalalalalalalalalalalalalalalalalala, okay, das reicht, ja, gucken wir uns doch an, wie der Golem hier gebraten wird, ich muss schon sagen, die Taktik, bei so einem Dorf, hätte ich ein Golem mehr dabei gehabt, Klammung dabei gehabt, da wäre noch was gegangen, und stell dir mal vor, meine Golems, die wären jetzt höher, boah, 2500 dunkles, geil, wenn ich jetzt die Golems auf 3 oder so hätte, dann, das ist eigentlich eine richtig geile Taktik, aber am besten, ich werde in der nächsten Folge, glaube ich, nochmal so einen Angriff machen, ne, also für das nächste Mal, 3 Golems, und der Rest Magier, ah, ich muss mal gucken, dass ich die Golems jetzt upgrade, was kostet das, ja, 60.000, da kann ich noch ein bisschen drauf sparen, aber ist ja auch egal, irgendwas was wollte ich, ah, genau, ich wollte mir die Wiederholung vom Angriff angucken, boah, 2500 dunkles, geil, ich will gucken, wo der Golems war, ich kann mir nicht vorstellen, dass er so schnell kaputt war, Nein, der war so schnell kaputt, der Gole, oh je, nee, nee, boom, ja, der war richtig schnell kaputt, ja, das nächste Mal nehme ich am besten 3 mit, das wäre echt besser, wenn man 3 mitnimmt, aber ich, ich muss schon sagen, das war eigentlich gar nicht so schlecht, Wiederholung teilen, dunkles, Doppelpunkt D, nein, Doppelpunkt D, senden, ja, und ich würde mal sagen, das war's dann für die heutige Folge, bis zum nächsten Mal, ciao. Doppelt 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 Dopp Untertitelung. BR 2018